Salzburg gestern und heute ist dadurch entstanden, dass wir Veränderungen möglichst greifbar darstellen wollten. Die Veränderungen wollten wir dadurch darstellen, dass man die Elemente aus dem historischen und dem aktuellen Bild eben auch in das jeweils andere integriert. Jetzt hat man zum Beispiel die Möglichkeit, einen modernen Obus zu sehen, wie auf die 1877 erbaute Stadtsbruckenfahrt. Die Veränderung Salzburgs über die letzten 200 Jahre hat man sehr deutlich daran gemerkt, wenn man den Standort des Fotografen, des historischen Bildes gesucht hat, um seine Perspektive einzunehmen. Und dann merkt man eben, dass an dieser Stelle dann auf einmal eine Straße steht oder eben ein Museum. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ausatmen